Ein Kapitän ist verantwortlich für ein Schiff. Als Kapitän tragen sie die oberste Verantwortung an Bord eines Schiffes und führen je nach Schiffstyp meist verschiedene weitere maritime Mitarbeiter. Ist ein Kapitän selbst nicht im Einsatz, zum Beispiel weil er sich ausruht, übernimmt der erste Offizier die Arbeit. Ein Steuermann ist stellvertretender Kapitän, wenn der Kapitän selbst nicht anwesend ist. Der Steuermann wird vom Kapitän überwacht und berät den Kapitän bei schwierigen Entscheidungen. Der Beruf des Kapitäns ist Teil der maritimen Wirtschaft. Wenn wir über Binnenschifffahrt sprechen, ist der Name Skipper passender. Das ändert nichts daran, dass ein Skipper auch Kapitän genannt werden darf. Das direkt dem Kapitän unterstellte sie Personal erstattet täglich Bericht an den Kapitän. Der Kapitän hält den Kontakt zu den verschiedenen Behörden, mit denen das Schiff während der Reise zu tun hat. Der Job des Kapitäns ist ein Job mit vielen Verantwortlichkeiten, denn für einen Kapitän muss die Sicherheit immer an erster Stelle stehen. Ein anderer Name für Kapitän kann auch Marineoffizier sein. Der Beruf des Kapitäns übt auf viele Menschen eine große Anziehungskraft aus, denn der Beruf des Kapitäns kann als besonderer Beruf angesehen werden. Der Beruf des Kapitäns ist recht allgemein zu betrachten, da ein Kapitän auf unterschiedliche Weise arbeiten kann. Die Arbeit als Kapitän auf einem Binnenschiff ist nicht einfach mit der Arbeit als Kapitän zur See zu vergleichen. Als Kapitän gibt es daher eine wichtige Unterscheidung zwischen Kapitän zur See und Schiffskapitän. In der Regel dauert die Kapitänsausbildung etwa vier Jahre. Während der Ausbildung lernst du alle Tricks des Handwerks und bist bereit, Kapitän zu werden. Auch für den Transport gefährlicher Güter an Bord von Schiffen sind zusätzliche Bescheinigungen erforderlich. Mit anderen Worten, ein Kapitän muss sich möglicherweise auch mit Weiterbildung auseinandersetzen.